Im Dezember und im Januar, wie wir alle wissen, ist der Preis von Bitcoin innerhalb von sehr kurzer Zeit rapide in die Höhe gestiegen, was natürlich viele dazu getrieben hat, in Bitcoin zu investieren. Viele, die vorher niemals in ihrem Leben investiert haben und für genau eben diese Menschen, die während der Zeit investiert haben, wahrscheinlich einiges an Verlusten hinnehmen mussten, ist dieses Video, denn ich mag es gerne, nicht immer nur auf die kleinen Details zu achten, sondern auch mal zwischendurch einen Step Back zu nehmen, raus zu zoomen und zu sagen, aus einer Meta-Ebene das Ganze von oben zu betrachten, zu sehen, was sind die fundamental wichtigen Dinge, auf denen mein Finanzwissen basiert, damit das Ganze eben auf einem soliden Fundament steht. Deshalb, dieses Video hier ist eher so ein Anfänger-Ding, aber natürlich auch, wenn man länger dabei ist, kann man trotzdem was lernen. 5 Lektionen, die du vom Crypto-Crash gelernt haben solltest. Persönliche Meinung, keine Finanzberatung. Am Ende, wenn dir das Video gefällt, lass ein Like und einen Kommentar mit Like-Kon-Adresse da, denn unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich ein bisschen Litecoin, viel Glück. Erst kommt das Lernen, dann das Handeln. Nur weil Traden mit Kryptowährungen so leicht und zugänglich ist, muss es nicht heißen, dass man da sofort los traden muss. Viele fangen natürlich an mit Learning by Doing, was an sich von der Einstellung her eine löbliche Sache ist. Allerdings, der Anwalt und der Arzt macht auch erstmal eine Ausbildung, bevor er das erste Mal an jemanden rumschnibbelt oder das erste Mal an jemanden verteidigt. Trader sein ist eben auch ein Beruf, von dem Menschen leben. Viele Menschen leben davon. Nicht jeder kann es tun, aber die, die davon lernen, würden die entweder sagen, boah, was habe ich mir dabei nur gedacht. Erst zu traden und dann zu lernen, beziehungsweise die Erfolgreichen, die haben eben erstmal gelernt und dann getradet. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Die meisten haben eben diesen Fehler gemacht, wie ich auch. Ja, passt schon, passt schon. Ich bin krass. Ich kann das. Und dann sofort lostraden, anstatt erstmal sich mit der Theorie zu befassen. Und natürlich muss man auch wissen, ob der Kryptomarkt für einen geeignet ist. Aktien sind ja eher so Sachen, wo man wirklich einen langfristigen Anlagehorizont hat. Je nachdem natürlich, welche Strategie man hat. Also ich muss ja bei meinen Videos irgendwie versuchen, immer 15.000 Menschen sozusagen jedem das zu sagen, was ihm am meisten nützt. Jedem so viel Value zu geben, wie es geht. Deshalb ist, wenn ich sage, Kryptowährungen sind volatil und eher kurzfristig, dann meine ich damit nicht unbedingt, dass es eine Dogmatik ist. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Anlagehorizont man hat. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber grundsätzlich sind Kryptowährungen deutlich volatiler als Aktien. Persönlichkeit muss zum Trading passen, nicht umgekehrt. Also man sollte sich nicht versuchen, jetzt irgendwie Strategien an den Markt anzupassen, sondern auf jeden Fall würde ich eher sagen, dass es wichtig ist, wenn du zum Beispiel eine Person bist, die gut damit klarkommt, viele Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen. Dann ist zum Beispiel eher Day-Trading oder Skype-Trading etwas für dich. Und wenn du jemand bist, der entspannter ist und eher auf die fundamentalen Dinge achtet, der kein Problem damit hat, auch mal in der fundamentalen Analyse oder im Research zu versinken, dann ist eher so ein langfristiges Hodel-Ding etwas für dich. Deshalb sollte man wirklich gucken, sich nicht an den Markt anzupassen oder die Persönlichkeit einfach nur an die eigene Trading-Strategie anzupassen. Da wird man auch langfristig einfach glücklicher damit, wirklich vorsichtig mit einem Testkonto beginnen. Bei Bitmax kann man zum Beispiel mit einem Crypto-Trading-Testkonto anfangen, lege ich jedem ans Herz. Der, bevor er mit echtem Geld rumhantiert, kann er natürlich ein Testkonto machen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit sehr geringen Beträgen zu hantieren. Ich meine, Bitcoin ist auf einen Zehn-Millionenstel teilbar. Von dem her kann man auch mit sehr geringen Beträgen arbeiten. Aber Testkonto bevorzugen die meisten und natürlich erst überleben, dann geht ein, learn to survive before you thrive, wäre das Ganze auf Englisch. Am Anfang sollte man nicht erwarten, Riesengewinne einzufahren. Am Anfang, wenn man neu ist, geht es wirklich nur darum zu lernen, wie man sich über Wasser hält, plus minus null. Und ich würde sagen, echt, wenn man am Anfang es schafft, sich erstmal nicht komplett vom Markt drängen zu lassen, von anderen Marktteilnehmern und es schafft so eine Weile zu überleben, dann kann man wirklich schon mehr als zufrieden sein als kompletter Anfänger. Also da muss man auch wirklich eine angemessene Erwartungshaltung haben. Und wichtig ist auch meiner Meinung nach, jeden Trade als Lernerfahrung sehen, egal ob man nun Gewinn macht oder auch einen Verlust macht. Vor allem aus den Verlusten kann man eben viel lernen, danach reflektieren, vielleicht sogar jeden Tag ein Tagebuch führen, wenn man Daytrading machen möchte. Was habe ich heute richtig gemacht, was waren gute Trades, was waren schlechte Trades, woran lag es, Ziele setzen, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele. Also da kann man wirklich aus dem Ganzen echt eine Wissenschaft machen, aber es ist eher Wissenschaft und Kunst. Ihr seht schon, das ist ein Thema, dem man echt versinken kann. Niemand gewinnt jeden Trade, auch wichtig, nur weil man davon lebt, muss es nicht heißen, dass man jeden Trade gewinnen muss. Es kommt nur darauf an, genug zu gewinnen, sodass am Ende auch etwas übrig bleibt. Also die wichtigen Trades sollte man halt gewinnen und eben, wenn man gewinnt, dann eben die Verluste ausgleichen können. Also nicht, auch ich treffe nicht immer jeden Trade. Manchmal passieren Sachen, du kannst perfekt alles beachten, du kannst perfekt jeden Indikator angeschaut haben, Stop-Loss perfekt gesetzt haben, aber trotzdem wirst du Verluste machen und Trades einfach nur, da muss man damit leben lernen, wirklich. Rational denken, haben wir im Dezember und Januar alle nicht gemacht. Klapps auf dem Hintern, böse, böse. Unabhängig denken, ich habe bis jetzt niemanden kennengelernt, der ein krasser Trader geworden ist und sich ständig von irgendwelchen anderen Menschen erstmal Input holen muss. Das bedeutet natürlich, dass wenn man, klar, kann man sich von anderen Menschen Tipps holen, aber am Ende des Tages sollte man seine Entscheidungen unabhängig treffen. Dazu komme ich später aber noch auf jeden Fall. Märkte funktionieren in Zyklen. Ganz wichtig, im Dezember und im Januar haben wir, ich natürlich auch, habe gedacht, ach, das wird immer so weiter gehen. Klar, Mann, Bullenmarkt forever, Lambo, Moon und ja. Ja, leider gibt es auch den Bärenmarkt, was heißt leider, ist ja auch langfristig gesund für einen Markt, wenn es mal ab und zu runter geht. Deshalb muss man sich bewusst machen, dass es immer so sein wird, dass sich Bärenmarkt und Bullenmarkt abwechseln und dass es eine ganz normale Sache ist. Und natürlich niemals Geld investieren, das du nicht verlieren kannst. Ich bekomme immer wieder Anfragen, Marco, denkst du, ich soll mir jetzt einen Kredit holen, weil Bitcoin so günstig ist? Nein, bitte nicht. Bitcoin ist was super Volatiles, wo man nicht Kredite oder Ersparnisse, Mietgelder, Essensgelder investieren sollte. Bitte da sehr verantwortungsbewusst sein. Next Point ist Emotionen beherrschen. Unfassbar wichtig, Emotionen zu beherrschen. Nicht jedem Hype hinterherjagen. Gutes Beispiel war für mich im Dezember IOTA, was innerhalb von ein paar Tagen ja wirklich um 10- oder 20-fache gestiegen ist, glaube ich. Und man darf auch nicht vergessen, dass wenn ein Coin auf dem All-Time-High ist, dann muss ja eben, es muss ja auch Leute geben, die auf dem Niveau kaufen. Und die Leute, die damals beim All-Time-High von IOTA kaufen, heute schauen sie natürlich, ja, ich wollte gerade sagen blöd, aber das wäre ein bisschen gemein. Ich mag so eine Wortwahl nicht. Also die stehen natürlich vor vollendeten Tatsachen, das ist natürlich nicht ganz angenehm. Kann natürlich auch sein, dass IOTA in ein paar Jahren jetzt deutlich mehr wert sein wird. In dem Fall stehen sie natürlich nicht blöd da, aber auf jeden Fall ist es so, dass meistens, wenn man ein Coin auf dem All-Time-High kauft, wenn er meistens gehypt ist, dass man ihn für einen sehr, 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 sehr teuren Preis kauft, der danach gedumpt wird und man eben blöd dasteht. Deshalb niemals einen Hype hinterherjagen. Versuchen ihn zu antizipieren und bevor der Hype da ist, einsteigen und dann, wenn der Hype kommt, dann ist man mit einer guten Position reingegangen und kann mit viel Gewinn verkaufen. Top, alle sind happy. Vor FOMO auf jeden Fall hüten. Im Dezember und Januar war ja wirklich FOMO, also Fear of Missing Out, der treibende Faktor, der dafür gesorgt hat, dass so viel Geld in den Kryptomarkt geflossen ist, dass Menschen es in Kauf genommen haben, ihre Pässe, ihre Gehaltsnachweise, ihre Stromrechnungen an Coinbase zu schicken und die ganze Prozedur mitzumachen. Nur am Ende Münzen zu kaufen, die sie nicht anfassen oder schmecken können. Ja, Emotionen treiben Menschen wirklich zu den unglaublichsten Handlungen und da sind sie auch eben wirklich durch all diese Hoops gesprungen und am Ende in Kryptowertungen zu investieren. FOMO hat einfach im Dezember und Januar dafür gesorgt, dass enorm viel Geld in den Markt geflossen ist. Dementsprechend haben alle, die meisten, die früh eingestiegen sind, sehr viel Geld gemacht. Allerdings natürlich für die meisten, die der FOMO nachgegeben haben, war das jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Aber wie gesagt, du musst hier alles als Lernerfahrung sehen und jetzt im Nachhinein ist man schlauer. Aber wenn du hodeln willst, dann geh raus. Also wenn du deinen Coin wirklich über Jahre halten möchtest, was in der Kryptowelt ein fast schon prähistorischer Anlagehorizont wäre, ist es falsch. Ja, es ist jedenfalls ein verdammt langer Anlagehorizont, wenn man etwas jahrelang halten möchte. Nicht jeden Tag checken, lieber rausgehen, Portfolio vom Handy entfernen, weil ansonsten macht man sich echt verrückt. Ich weiß es aus Erfahrung, wenn man hodeln will, jeden Tag einen Coin checken, ist es echt hinverbrannt. Deshalb sollte man sich echt richtig ausschillen. Keine Kredite aufnehmen und in Kryptoweltungen zu investieren, habe ich bereits gesagt. Niemals auf andere zeigen, einer meiner Lieblingspunkte. Ich bin ein großer Fan davon, keine Verantwortung auf andere zu schieben, sondern immer zu sagen, okay, wie hätte ich das besser machen können. Du bist für jede Investition zu 100% verantwortlich und das gleiche gilt meiner Meinung nach auch im Leben. Ein kleines Beispiel. Früher, als ich ein junger Schützenjäger war, da habe ich, wenn ich mich mit Girls unterhalten habe und dann irgendwie einen Freund dabei hatte, der vielleicht nicht so cool war, und die Mädels dann wegen irgendeiner dummen Aussage von ihm abgehauen sind, da hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, boah, fuck, dieser Nerd hat mir gerade eben das kaputt gemacht. Aber das ist seine Schuld. Ich hingegen habe immer gesagt, okay, ich muss cool genug sein, um das auszugleichen. Also ich versuche wirklich in jedem Lebensbereich zu sagen, es ist meine Verantwortung. Wenn ein Problem zu groß erscheint, dann sage ich, bevor ich auf andere zeige, sage ich, mini, 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 mini. Ich muss wirklich dafür sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Deshalb, ohne jeden Zweifel, jede Diskussion, bist du für jedes ICO, jeden Coin, in den du investierst, bist du zu 100% verantwortlich und keine andere Person. Vorsicht für Social Media Pumps, zum Beispiel John McAfee und Justin Sun, beides Personen, die fantastisch sind, die viel, viel, viel auf dem Kasten haben. Vor allem von John McAfee habe ich riesen Respekt, ich mag ihn total gerne. Aber bei solchen Pumps, wie die beiden das gemacht haben, mitzumachen, ist einfach nur echt ein Spiel mit dem Feuer. Deshalb da wirklich vorsichtig sein, wenn ein Coin auf Twitter gepumpt wird und dann noch versuchen, die Bälle mitzureiten. Also klar kann man da Gewinne machen, ohne Zweifel. Man kann in jeder Marktlage Gewinne machen, aber es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Do your own research, D-Y-O-R heißt der Devise, a.k.a. mach auch deine eigene Recherche, Marder. So ein kleines Akronym, was ich mir ja vorhin ausgedacht habe. Mal schauen, ob sich das Ganze durchsetzen wird. Wobei Marder schreibt man ja eigentlich anders, deshalb vielleicht werde ich mir da noch irgendwas ausdenken lassen. Aber auf jeden Fall, bevor man irgendwo investiert, sollte man auf jeden Fall selber mit eigenen Augen sich davon überzeugen und dann erst die Entscheidung treffen zu investieren. Profite einsacken lernen, das bedeutet Bäume wachsen nicht in den Himmel. Der Bitcoin, da es bei 20.000 war, habe ich auch gedacht, ach der wird noch bis 30.000, 40.000, 50.000 gehen. Und habe einfach nur abgewartet und dachte eben, ja klar, ich werde diese Welle mitreiten. Leider, leider viel Geld liegen gelassen. Man muss da echt vor diesen Lambo und Moon Getue aufpassen und auch mit Stop-Loss nutzen, um eben, wenn man zum Beispiel auch, sollte man generell machen, wenn man einfach nur nicht am PC ist, dass man dann eben die Stop-Loss aktiviert hat, beziehungsweise richtig gesetzt hat, dass man eben, auch wenn man nicht anwesend ist, wirklich diese Orders automatisch ausgeführt werden. Deshalb das unbedingt nutzen, weil ansonsten, wenn man sie einfach liegen lässt, das ist echt sehr gefährlich. Da kann man wirklich sehr viel Geld verpassen. Und Profit ist Profit, auch wenn es nur 1% ist, scheißegal. Investoren, Fondsmanager, die zum Beispiel Fonds, die 100 Millionen US-Dollar schwer sind, die denken zum Beispiel nicht in Geldeinheiten, die denken in Prozent, weil wenn du eine Million Dollar an einem Tag verlierst, dann ist es natürlich echt ein unangenehmes Gefühl. Aber wenn man hingegen nur 1% verloren hat, dann hört sich das Ganze natürlich gleich ganz anders an. Deshalb wirklich, auch wenn man nicht viel Profit gemacht hat, sich trotzdem über jeden einzelnen Profit freuen. Das mache ich auch. Also wenn ich irgendwo mein Auto parke und am Parkplatz irgendwo hinlaufe, ich sehe einen Cent auf dem Boden. Ich freue mich echt, also klar, ich freue mich da jetzt natürlich jetzt nicht so wie ein Schneekönig, aber ich denke mir so, yes, einen Cent. Also wirklich über jeden Profit, den man im Leben macht, muss man sich freuen. Denn wenn man lernt, das ist auch so eine Sache, an die ich glaube, wenn man lernt, das zu wertschätzen, wenn man mehr von dem haben möchte, was einem im Leben fehlt, dann muss man sich freuen, wenn man dann ein bisschen was davon bekommt. Meiner Meinung nach und für diejenigen, die trotzdem zocken wollen, kann man ja immer ein paar Coins behalten, also die Position nicht vollständig auflösen. Stell dir mal vor, du hast im Jahr 2013 auch nur einen einzigen Bitcoin behalten aus 2013, dann hättest du im Dezember 20.000 Dollar gehabt. Also wer zum Beispiel nicht sicher ist, ob er halt auf irgendeinem Potenzial seinen Coin irgendwann sehr viel wert sein kann, der kann halt immer ein paar behalten. Da kann man aber wirklich sehr viel darüber debattieren, ob das die richtige Herangehensweise ist oder nicht, das gebe ich absolut zu. Da kann es jetzt viele Leute geben, die sagen, Marco, das ist so ein Scheiß, Alter, ich dislike dich jetzt. Aber meine persönliche Meinung und für die ich auch gerade stehe. Und ansonsten, danke für die Aufmerksamkeit, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Like und einen Kommentar da, mein Freund. Öffne deinen Mund, gib mir Feedback oder stell Fragen, was auch immer, aber Litecoin-Adresse nicht vergessen. Werde Teil der Facebook-Community, Link findest du in der Description. Verantwortungsbewusst investieren, habe ich schon gesagt, du kannst auch gerne abonnieren und auf die Glocke drücken und das Video mit Freunden und Familie teilen. Auf Instagram findest du mich als Kryptomarko, auf Snapchat als RealKryptomarko und da bin ich sogar jetzt am posten, denn ich bin, wenn du dieses Video siehst, in London auf dem Tony Robbins Event, um den Channel auf das nächste Level zu bringen, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Deshalb musste ich auch das Video vorproduzieren, weil ich ja jetzt in diesem Moment einfach nur wahrscheinlich mit 13.000 anderen Leuten ekstatisch rumhüpfe und meine State pushe und Ziele festlege. Also super, super cool das Ganze und ich werde auch auf jeden Fall, also ich werde, ich poste auf jeden Fall auch was davon auf Instagram und auf Snapchat. Deshalb lass uns doch auf Social Media Freunde werden und danke für die Aufmerksamkeit. Persönliche Meinung, keine Finanzberatung und bis zum nächsten Mal. Oh, übrigens und ich werde dann auch erst, wenn ich in London, aus London zurück bin, werde ich dann auch erst das Giveaway machen. Also keine Panik, verzauberte Litecoins wird es geben. Ciao.